Andersartig von Noe Andersartig darf man sein. Anders, aber artig auch. Ist man anders und gemein, stehen die anderen auf dem Schlauch. Dann ist das Gehirn verlinkt. Und zwar auf die falsche Weise. Wenn man aus der Reihe springt, äußern sich die Zweifel leise. Bis sie schließlich lauter werden und man sie schon deutlich hört. Schließlich gibt's ein Recht der Herden, das man doch empfindlich stört. Ist man anders als die meisten, da passt man dann besser auf. Das kann man sich normal nicht leisten. Das geht nur mit Maske drauf.